Nelsons Musikgeschäft. Instrumente für alle. Hallo, ich bin die Macher Nelson und das ist mein Musikgeschäft. Und wir haben alles besondere Preise, nur für diese Woche. Also die Preise sind von 13. bis zum 20. April und das ist nur diese Tage. Also wir haben besondere Preise. Alle ist billig. Sehr, sehr billig. Wir haben Flöte. Diese Flöte ist sehr schön und kommt aus Thailand. Sehr schön, nur 1000 Mark. Sehr billig. Diese Flöte kommt aus Mexiko. Schöne Musik, hören Sie die schöne Musik. Diese Flöte kostet nur eine Million Mark. Und das ist sehr, sehr billig. Wir haben auch Schlagzeugsachen. Das ist sehr billig. Sportbillig. Nur 100 Mark. Und auch für ein Schlagzeug. Sehr billig. Diese Glocke aus Metall. Für einen Kuh. Ist auch sehr schön. Aus Metall. Sehr billig. Nur eine Million Mark. Sehr billig. Und wir haben Musikinstrumente für alle, für alle. Diese Flasche, hören Sie die schöne Musik. Wir haben auch ein Saxophon. Dieses Saxophon ist sehr, sehr alt, aber sehr, sehr gut. Dieses Saxophon ist alt, aber gut. Alt, aber gut. Und dieses Saxophon kostet nur eine Million Mark. Das ist sportbillig, sportbillig. Nur beim Herr Nelsons Musikgeschäft. Mit Musikinstrumente für alle. Diese Flöte ist sehr lang und hören Sie die schöne Musik. Dieses Musikinstrument ist sehr schön und kostet nur 1000 Mark. Sehr billig. Nur hier, Nelsons Musikgeschäft. Und letztlich ist diese Gitarre. Diese Gitarre ist sehr schön und kostet nur 1000 Mark. Und mit dieser Gitarre sind Sie ein Rockstär. Ein Rockstar. Nelsons Musikgeschäft, Nelsons Musikgeschäft, Nelsons Musikgeschäft, Nelsons Musik. Aber Sie sind ein Rockstar. Wir haben alles billig, 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 billig. Und nur von 13. bis zum 20. April. Nelsons Musikgeschäft. Musikinstrumente für alle.